So, jetzt haben wir hier mal ein Weibchen und Männchen nebeneinander. Diese Oberarmdrüse, die fehlt hier bei dem Weibchen. Das ist hier nicht vorhanden. Das Männchen ist ganz deutlich ausgeprägt. Das Weibchen ist noch relativ jung hier. Die wird noch ein bisschen größer. Das Männchen ist ausgewachsen. Ich glaube auch Kröte, Männchen und Weibchen.